Bastian Schweinsteiger von Trippel-Gewinner Bayern München ist erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Franz Beckenbauer glaubt an ein baldiges Comeback des Nationalspielers. Schon ein paar Mal ist er operiert worden und ist dann wieder zurückgekommen. Er ist einer, der dann sehr schnell zurückkommt. Er ist nach wie vor eine Führungsperson, er ist nach wie vor einer der Leader auf dem Platz und das wird er auch bleiben. Wann Schweinsteiger wieder auf dem Platz stehen wird, ist noch offen. Für die beiden Länderspielklassiker in Italien und in England musste er bereits absagen.